Mit der Order 66 gelang es Imperator Palpatine, fast den gesamten Jedi-Orden auszulöschen. Alles begann mit der Operation Nightfall, ausgeführt von Darth Vader und der 501. Legion. Doch wie Vader wenig später selber fast ein Opfer von so einem Befehl wurde, werdet ihr in diesem Video erfahren. Wenn ihr außerdem keine weiteren Videos zu und über Star Wars mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und bewertet das Video. Die Geschichte spielt genau vier Monate nach der Order 66 und Anakin Skywalker wurde mittlerweile fast komplett von Darth Vader zerfressen. Vader suchte das Gespräch mit seinem Meister Palpatine und erzählte ihm von einem Sith-Artefakt. Doch Palpatine entsandte ihn nach Bandomir, wo er weiterhin die überlebenden Jedi jagen sollte. Palpatine sagte ihm ebenfalls, dass er einen unglaublichen Plan habe. Vader begab sich also nach Bandomir und fragte in einer ruhigen Minute den Klon-Kommandanten Will, ob dieser etwas von Palpatines Plan weiß. Commander Will, ich habe eine Frage und ich brauche eine ehrliche Antwort. Commander Will war sichtbar verwehrt und Vader fuhr fort. Der Imperator sagte, dass die Jedi erneut versuchen werden, ihn zu stürzen. Er weite dich und alle anderen Klone in die Order 66 ein. Gibt es einen solchen Befehl, der dir befiehlt, mich zu töten? Will antwortete darauf, dass auch wenn es diesen Befehl gebe, er nicht dazu autorisiert ist, um ihm dies zu erzählen. Vader war nun klar, dass nur Will berechtigt ist, die Order 151 auszuführen. Er begann damit, ihn Macht zu wöken und von der Klippe zu schmeißen. Als ein Klonkrieger Vader fragte, was mit Will geschehen ist, antwortete Vader, Er ist gestolpert und von der Klippe gefallen. Normalerweise tötet der Schüler den Meister. Doch Palpatine wollte dies eben verhindern. Er war auf alles gewappnet, selbst auf dem Verrat seines Schülers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017